Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von SG Watches. Wir stellen euch heute die SIN 556 vor, Perfektion von Frankfurt am Main. Im ersten Link der Videobeschreibung sehen Sie alle Details zur Uhr und können diese auch sofort erwerben. Wir von SG Watches sind nicht nur offizielle Konzessionäre von der Marke SIN, sondern auch von anderen Marken wie Beaumont Messier, Mühle Glashütte oder Tutima Glashütte. Sollten Sie Interesse haben, Ihre nächste Luxus-Uhr bei uns zu erwerben, dann gehen Sie auf unseren Online-Shop, sg-watches.shop. Dort warten über 500 einzigartige und zertifizierte Luxus-Uhren auf Sie von 50 verschiedenen Herstellern. Und sollten Sie eine Uhr verkaufen wollen, Ihre Sammlung ein wenig ausdönen wollen, kein Problem. Gehen Sie auf unsere Online-Seite, sg-watches.de. Dort haben wir ein Ankaufsformular für Sie eingerichtet. So, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal und folgen Sie uns auch auf Instagram. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Review der SIN 556. Heute präsentieren wir Ihnen ein besonderes Modell aus dem Hause SIN Spezialuhren. Die SIN 556. IB, Referenz, 5, 5, 6, 0, 1, 0, 4. Diese Uhr besticht durch ihre markante Formgebung, das minimalistische Design und die klare Ablesbarkeit. Ein Modell, das Eleganz und Sportlichkeit auf unverwechselbare Weise kombiniert. Lassen Sie uns gemeinsam einen detaillierten Blick auf diese außergewöhnliche Uhr werfen. Beginnen wir mit dem Gehäuse, gefertigt aus fein satiniertem Edelstahl. Dieses Material ist nicht nur äußerst robust, sondern verleiht der Uhr auch eine zeitlose Eleganz. Mit einem Durchmesser von 38,5 mm hat die SIN 556 die ideale Größe, die sowohl am Herren- als auch am Damenhandgelenk beeindruckend zur Geltung kommt. Die Gesamthöhe von nur 11 mm sorgt für ein angenehmes und unaufdringliches Tragegefühl, selbst unter engeren Hemdmanschetten. Das Deckglas und der Sichtboden bestehen aus kratzfestem Saphirkristallglas, das beidseitig entspiegelt ist. Diese Entspiegelung garantiert Ihnen eine blendfreie und klare Sicht auf das wunderschöne blaue Zifferblatt, egal aus welchem Winkel das Licht auf die Uhr fällt. Der Sichtboden auf der Rückseite gewährt Ihnen einen faszinierenden Blick auf das Uhrwerk. Ein Detail, das besonders Uhrenliebhaber schätzen werden. Das blaue Zifferblatt dieser Edition wurde speziell für die 556 AIB gewählt und mit einem Sonnenschliff veredelt. Der Effekt dieses Sonnenschliffs lässt das Zifferblatt je nach Lichteinfall in verschiedenen Blautönen funkeln. Ein echter Blickfang, der die Uhr sowohl bei Tageslicht als auch bei gedämpftem Licht in Szene setzt. Die rodinierten und diamantgeschliffenen Stunden- und Minutenzeiger verleihen der Uhr eine edle und präzise Optik. Um die Lesbarkeit auch bei Dunkelheit zu gewährleisten, sind die Zeiger sowie die Stunden in DAIC mit nachleuchtender Beschichtung versehen, sodass Sie die Zeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen perfekt ablesen können. Im Inneren der SIN 556 arbeitet das bewährte SW 201 Automatikwerk, das für seine Zuverlässigkeit und Präzision bekannt ist. Mit 26 Rubinlagersteinen und einer Schlagzahl von 28.800 Halbschwingungen pro Stunde 4 Hertz garantiert dieses Uhrwerk eine flüssige Bewegung des Sekundenzeigers und eine hohe Ganggenauigkeit. Zudem ist die Uhr mit einem Sekundenstopp ausgestattet, was ein genaues Einstellen der Uhrzeit ermöglicht. Ein weiteres Highlight ist die Antimagnetik nach DIN 8309, die dafür sorgt, dass die Uhr unempfindlich gegenüber Magnetfeldern bleibt. Eine Eigenschaft, die im Alltag von großem Vorteil ist. Auch in Sachen Wasserdichtigkeit überzeugt die SIN 556, sie erfüllt die strengen Anforderungen der DIN 83010 und ist wasserdicht und druckfest bis zu 20 Bar, was einer Tiefe von 200 Metern entspricht. Die SIN 556 IB kommt mit einem satinierten Massivarmband aus Edelstahl, das ebenso robust und langlebig wie stilvoll ist. Das Armband passt sich perfekt an das Handgelenk an und sorgt für hohen Tragekomfort. Mit einer Bandanstoßbreite von 20 mm ist das Armband ausgewogen, proportioniert und harmoniert optimal mit dem 38,5 mm großen Gehäuse. Dank der verschraubbaren Krone und des verschraubten Gehäusebodens bietet die Uhr nicht nur eine hohe Wasserdichtigkeit, sondern auch einen zuverlässigen Schutz gegen Staub und Schmutz. Diese Eigenschaften machen die SIN zu einem idealen Begleiter für den täglichen Einsatz, egal ob im Büro, bei Outdoor-Aktivitäten oder sogar im Wasser. Diese Uhr ist auf das Wesentliche reduziert und bietet genau die Funktion, die Sie im Alltag brauchen. Stunden-, Minuten- und Sekundenanzeige. Keine unnötigen Komplikationen, nur pure Funktionalität kombiniert mit einem eleganten und sportlichen Look. Die Konstruktion der SIN 556 Fermatronac EB ist sowohl technisch als auch ästhetisch überzeugend. Das Saphirglas sorgt für höchste Kratzfestigkeit und dank der beidseitigen Entspiegelung haben Sie jederzeit eine klare Sicht auf das Zifferblatt, egal unter welchen Lichtbedingungen. Das robuste Edelstahlgehäuse schützt das Uhrwerk vor äußeren Einflüssen und sorgt dafür, dass diese Uhr viele Jahre lang zuverlässig funktioniert. Die SIN ist eine perfekte Mischung aus Funktionalität, Eleganz und Sportlichkeit. Sie ist ideal für all diejenigen, die Wert auf eine klare und reduzierte Ästhetik legen, ohne dabei auf technische Höchstleistung zu verzichten. Mit ihrem robusten Edelstahlgehäuse, dem strahlenden blauen Zifferblatt und dem zuverlässigen SW-201 Automatikwerk bietet diese Uhr alles, was man von einer hochwertigen Armbanduhr erwarten kann. Wenn Sie auf der Suche nach einer Uhr sind, die sowohl im Alltag als auch bei besonderen Anlässen überzeugt, dann ist die SIN genau die richtige Wahl. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um mehr zu erfahren oder dieses Modell direkt zu erwerben. Lassen Sie sich dieses Meisterwerk deutscher Uhrmacherkunst nicht entgehen. Vielen lieben Dank, dass Sie sich das Review zu SIN556 bis zum Ende angeschaut haben. Alle weiteren Informationen zur Uhr finden Sie in der Videobeschreibung. Und sollten Sie Interesse haben, können Sie diese über den Link auch sofort ordern. Kommentieren Sie mir gerne, was Sie von der einzigartigen Kombination zwischen Lederband und Gehäuse an der SIN556 finden. Unser gesamtes Sortiment sehen Sie auf sg-watches.shop und sollten Sie eine Uhr verkaufen wollen, können Sie dies über unser Online-Formular auf sg-watches.de oder vor Ort im Ladengeschäft erledigen. Nun, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, abonnieren Sie gerne diesen Kanal und folgen Sie uns auf Instagram. In diesem Sinne, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Euer Alex vom SK Watches Team.